so ein video heute spielen wir mal irgend ein spiel ich glaube ich als airport security also für mehr lasst unbedingt ein leichter und abonniert den kanal und jetzt viel spaß mit aber zuerst muss ich sagen wir nehmen mal den system auswählen okay weiß nicht warum ich so wenig freundes habe ich immer verraten warum ist hier oben an meiner maus normal hier nicht hey mein name ist im kursen ich habe so wenig folgens okay er ist verdächtig weil er hier einen anderen namen hat verdächtig und natürlich hat nein ja es ist es nur so ich habe das ist jetzt egal wenig frames hey meine ist jackson moore jackson moore genehmigen gut gemacht ich hab den nix okay hi mein name ist mary johnson oh da habe ich fertig hallo hallo tolle arbeit wie kann ich weitermachen ich will weitermachen ok unser nächstes level ist hier da kommt er auch mit unseren wenig frames es dauert jetzt mein gott der da wirklich schnell waffel aha wir haben hier was gute arbeit ok da oben hallo ich will ich will hoch und schwer mit geringfremse spielen eine banane was ist mit diesen typen falsch was ist das eine ente ich verstehe ich bin ich okay waffe festnehmen warum hat der typ eine waffe dabei nicht mehr schneller mit dem eigentlich aber naja er hat nichts okay genehmigen du das durch ist ja eigentlich nicht schlimmer ist naja er ist ja eigentlich nicht schlimmer ist naja ich bin fertig solle arbeit ja ich will zum ich will zum nächsten job neues outfit das ist voll ist aber egal tag 2 und zum starten tippen hallo wie geht's ich bin barmacher mich mit chill und ich bin 47 ja richtig passt alles nächste hallo schneller schneller so ich spreche mit tieren mein name ist ich bin 38 ich bin 38 ich bin 38 ich bin 38 aber naja nächste hallo nach 32 jahren sehen sie aber nicht aus ja das ist schon mal direkt ne das sieht man doch sofort das war sogar wie die person aussieht hier ganz weit parkieren wenn du mehr fremst hätte man und festnehmen ab im knast komm schneller nächster okay mein name ist steffen scott und ich bin 27 jahre 24 jahre alt aber irgendwie muss ich ehrlich sagen das ist gelb und das ist orange und ne versteht mich dieser darf falls er was falsch ist ich mache das komplette ding so sieht der person nicht aus hier ähm was okay jetzt habe ich ein bisschen mehr früher gut so okay erhalten mein rtl also da ich gar kein internet habe verdammt okay nächster job der sieht bisschen verwirrt aus keine ahnung warum abscannen was ist hier äh was hat der da drin ich schicke die security ja ich schicke die security der ab haut ab ähm ähm die nächste person warum habt ihr eine federmaus und so eine schlag was zum wort nimmt man sowas mit in dem Spielzeug also ich verstehe das nicht auch mal federmaus es ist ein spielzeug nur das er möchte äh wie kann man eine Schlange mitnehmen es ist ja festnehmen äh warum es ist hat die corona erschaffen oder warum ne nächste person warum der sieht äh der hat die da ein der hat doch einen pfefferminz und ihr kennt ja diese dinger wenn man weihnachten hat ne diese rot weißen ja das wusste ich warum hat er sowas drin ja für die genehmigen ist ja nichts schlimmes und die nächste person komm her die hat schon wieder so eine stange oder so warum haben die das haben wir alle mit ihren süßigkeiten baum schmuggeln diese welche mit die sind doch nicht in der schule um die leute süßigkeiten mit schmuggeln es ist zufällig das ist egal oh der beruf ist fertig der großartig das ist komisch aus hallo ich will weitermachen jetzt tag 3 jedoch nicht stadt im verhören warum haben sie eine fehle muss gesteckt der tisch im stand vergessen ich bin immer tier als in fliedermäuse was ich habe es falsch angetippt was richtig was richtig da kann doch keine zuschrift um komisch 2000 years later spüre schmuggelware auf diesen neuer job 2000 years later hm einer willst du größer ja oh oh hier bei den typen sprühbare es ist voll schlimm dieser job hat er was in den koffer komm schon man ist es voll schwer ja 2000 years later ist das schmuggelware man denn gut läuft nicht dahin wo ich hin will nein man 2000 years later zwei beiden hey hallo nein du sollst da hinter man steht dahinter hallo ach du dumm und bist dumm zu hallo ich möchte dass ich dahinter gehst ja ich führe schmuggelware auf ich bin dahinter da ist eine person bei albert einstein hallo hallo keine jahre lang dauert ok gut gemacht oh was für die aufgabe ich jetzt es war so klar ne jetzt nehmen ich wusste es auch bei einstein sowas mit schmuggeln es ist einfach so dumm dann passt das ding ob da rein der will abgeschlossen nächste person die blauen ist mein name und ich bin 55 gekommen aus negeria ok tschüss ich will so viel ein tb kommen sie aus hawaii hier ist meine reise passt aber ich will nicht wissen was für die reise pass ist verdächtig alles ist fähig hier ist nur das hallo alles ist falsch mann so komisch vorgeschlagen alles ist falsch ich soll 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 aber jetzt festnehmen ausgezeichnet nein ich will kein outfit hallo nein nein danke ok ok hallo zu starten tippen was haben sie nichts tschüss jetzt geht weiter ins weiter ja nächster wie sind sie den auswart die waren gar nicht bei mir sie sind in klasse jacken das wusste ich stohle das ist jetzt stohle und das ding ja direkt abtasten hallo hallo ich sagte abtasten ja so richtig und hier unten am hintern hier am bein hinter du guter fund ja ja oh ok wir nehmen ja aber sie werden beinahe in die gefängnisse kommen hätte ich keinen guten tag mhm nächster sie war aber nicht können sie schwimmen ja typ ähm hat er eine doppelte otter warum habe ich zwei untergrösen an was was ist das gewesen hallo ich will ein ninja stern und hier ein messer mhm wer das wohl ist ok ab in den klasse mit ihnen das ist eine weiße oder unter das war eine unterhose aha der wollte flüchten ab in den klasse aber jetzt ok nächste hallo habe ich sie nicht vorgesehen ne 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 oder was ist das das was ist das was ist das ich will nicht sehen was es ist und es wird es würde man es nicht sehen es würde auch ausfallen der kamera ok ich sie können weiter der kamera ist ok ja ich hab's ja meine kamera mal mitgenommen im urlaub ja keine tiere stand da ok zum starten tippen ja keine tiere ok jetzt safe tiere dabei oder so ne oder oder ne da gehen wir der fp ist aber richtig runter du steckst einfach ok genehmigen als nichts wenn das hier gewesen hätte ich sofort gesehen ist was ist das festnähe ist doch ein schildkröte weg mit ihnen warum da rennt er immer direkt danach her das ist so komisch also hallo ich will weitermachen hallo so hallo ein blöd das komische bildner man sieht das sogar noch umriss so haare und oben fortfahren weiter was ist ich sehe doch estáfen ist doch irgendwas nee sie vermutlichen ja gut gemacht hero würde weitermachen hallo ich habe wieder dieses level okay aber jetzt bin ich profi daran daran es geht auf die richtung ich weiß ich schon hallo hallo ich habe doch gesagt du sollst dahinter was ist falsch mit ihr hund schau mal da ist es oder die da was hat er drin messer safe besser oder so was hat es sicherlich drinnen das war's mit einer kleine runde von bis zum nächsten mal hier got pride got reason if they wanna go we didn't know im gone feed them if you come for me you ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for Bis zum nächsten Mal.